Ich hab jetzt schon überall in diesem verdammten Buch nachgesehen, doch ich find einfach nichts, was Lio heilen könnte. Was ist los? Wieso machst du so ein Gesicht? Lio geht's wirklich ziemlich schlecht, Piper. Und er wird schwächer und schwächer. Ich weiß, deswegen muss ich auch ein Heilmittel finden. Lies sie nochmal unter Salben nach. Nein, halt, hör es zu. Das ist nicht leicht zu sagen. Und ich will dir wirklich nicht wehtun, nur... Ich finde, du solltest... Also du solltest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass... wir manchmal nicht in der Lage sein werden, gewisse Leute zu retten. Piper, es könnte sein, dass wir diesmal nur Daisy retten sollen und nicht Lio. Ich werde ihn retten, Phoebe, egal ob wir das nun sollen oder nicht. Ich werde ihn dann nicht überlegen. Töcher, der ist... Ich werde ihn nicht überlegen. Du solltest er... Du solltest er nicht mitmachen. Ich werde ihn aber noch nicht überlegen. Dann keine Ahnung. Du solltest er nicht mehr verstanden. Du solltest er natürlichen, wenn dich.